Das, das ist Pierre. Pierre hat eine Seifenfirma und ist reich. Daher hat er auch einen Buchhalter. Außerdem hat er eine Frau, eine Tochter, ein Chauffeur, ein Stubenmädchen und ein Masseur. So, der Buchhalter Albert hat Pierre sehr viel Geld gestohlen. Nein! Doch! Und Albert will nun seine Tochter heiraten. Allerdings die und nicht die. Wobei Albert nicht weiß, dass die nicht die ist, sondern die. Denn die ist bereits mit Oskar, dem Chauffeur, verlobt. Das Stubenmädchen spricht mit der Tochter, nee, mit der anderen, ja. Und darauf erwartet sie ein Kind vom Masseur. Ach Quatsch, vom Chauffeur. Albert bringt nun einen Koffer Diamanten zu Pierre, damit er seine Frau heiraten darf. Was? Nee, die Tochter. Daher redet erst Albert mit Pierre über die Tochter, seine Frau redet mit der Tochter über den Chauffeur, nee, über den Chauffeur. Und die Tochter spricht mit Pierre über Albert, nachdem Pierre mit dem Stubenmädchen und Albert zusammen über seine Tochter und seine Frau gesprochen hat. Ja, und all das passiert nur im ersten Akt. Was in den beiden weiteren passiert, sehen Sie in Oskar, eine Komödie von Claude Manier. Am 31. Dezember und 4. und 5. Januar um 19.30 Uhr und am 6. Januar um 18 Uhr im Theater an der Marschner Straße. Was? Was?